So, das hier ist wirklich mal ganz große Kunst, denn dieses Bild einer Düsseldorferin ist acht Meter lang und drei Meter hoch. Und es kommt noch was hinzu, denn eigentlich sind es sogar vier Bilder in einem. Dadurch sieht es quasi immer irgendwie anders aus. Alles eine Frage der Perspektive eben. Christian Schmitz hat sich selbst ein Bild davon gemacht. Eins, zwei, drei und vier Bilder in einem. Macht das größte Bild Deutschlands. Acht Monate hat die Düsseldorfer Künstlerin Meral Alma täglich an ihrem Werk Zirkus des Lebens, vierter Akt, gearbeitet. Fast ununterbrochen. Eine Pause gab es nur zum Schlafen und Essen. Man hat erstens das Gefühl, dass man nie fertig wird. Und das sieht so aus, dass man geht, also man kommt ins Atelier und bleibt so bis morgens, so bis vier Uhr, fünf Uhr, sechs Uhr. Das Problem ist, alle Farben sind geöffnet. Ein bisschen wird das Atelier auch zu einem Labor. 200 dieser Eimer voll mit Farbe hat Meral hier an die Leinwand modelliert. Schicht für Schicht. Ein irres Farbenspiel. So bunt, dass selbst die Turnschuhe zum kleinen Kunstwerk werden. Vom Tisch aus prüft die Künstlerin immer wieder kritisch ihre Arbeit. Die speziellen Farben zeigen je nach Lichtstimmung ein ganz anderes Bild. Das Bunte, Schrille, die Formen und Figuren, alles Eindrücke, die Meral auf Reisen sammelt. Ich habe verschiedene Kulturen und Völker kennengelernt, abgefahrene Reisen gemacht, die sehr spontan waren. Und trage im Grunde genommen diese ganzen Eindrücke in mein Atelier. Und ja, dann würde ich sagen, streifen sie ein bisschen mein Herz, ein bisschen den Verstand und gehen mit einer gewissen Dynamik aus dem Arm raus auf die Leinwand. In der Kunstszene wird das größte Bild Deutschlands gefeiert. Für eine stolze sechsstellige Summe hat das gigantische Lichtspiel auch schon einen neuen Besitzer gefunden. Doch anstatt jetzt den Ruhm zu genießen, macht Meral weiter. Ihr nächstes Projekt läuft bereits natürlich bunt, schillernd und mit viel Farbe.